Ja hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Freundes-Log-Park Part von One Piece Pirate Warriors 2, heute mit dem guten Luki, dem Anführer der CP9. Ja, schauen wir mal, wen nehmen wir da? Der Anführer der CP9 wird von Raffikum besiegt. So einfach sieht's aus, im normalen Outfit. Wenn man sich die Anführer der CP9 kann, dann muss man sich auch mit ihr zusammenfassen. Aber, wenn man die Anführer der CP9 kann, dann muss man sich die Anführer der CP9 anbieten. Erstens, man muss sich die Anführer der CP9 anbieten. Was möchtest du unsere Fähigkeiten prüfen, die kannst du gerne geprüft haben? Da habe ich ja mal gar keine Schwierigkeiten mit. So, Kampfvorbereitung, gucken wir mal. Die Münzen sind alle perfekt. Und dann Ace. Ace ist schon Level 3, okay. Passt. Dann würde ich sagen, los geht's. Oh yeah. Na dann. Ja, ja, ja. Passt schon soweit. Gucken wir mal. Oha. Eine nette kleine Kiste mit jeder Menge Berries. So muss es doch sein. Ach, Eki ist auch hier. Hi. Ah, was machst denn du hier? Komm mal bitte her. Willst du deinen Boss unterstützen? Für den gibt's keine Hilfe mehr. Schon mal gar keine Rettung. Ah, kommt schon. Jetzt verzieh dich. Ne, ist schon klar. Hier. Red Talk. Zack. Alle mal down. Auf einen Schlag. Und hier auch. Der ist komplett weg. Der blöde Truppenkommandant. Eki. Kloppe ich jetzt mal eben kaputt. Zusammen mit dem zweiten Kommandanten. Ey. Der ist abgehauen, der Sack. Hier haut mir mal gar keiner ab. Verzieh dich. Eki. Jetzt gibt's aufs Maul. Ace, du schaffst das schon. Ey, wo ist der? Ähm. Wo ist Eki? Feigling. So ein Feigling. Also echt. Gibt's ja mal gar nicht. Was geht denn jetzt hier ab? Oh, da vorne. Hi, Herr Marinekommandant. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Komm, ich zerklopp dich mal eben. Brems. Oh, schade. Down. Sehr gut. Auch hier kaputt. Passt schon so weit. Aber wo ist Eki? Habe ich den nicht schon mal verkloppt? Wo ist der hier Typ? Egal. Wir machen erstmal die hier alle platt. Und schauen mal, was hier so drin ist. Nix. Schade. Schade. Und down. Sehr gut. Auch hier alle kaputt. Oh, verschwinde doch. Was ist der denn jetzt? Ich bin verwirrt. Ach, der Anführer. Hi. Anführer bekommen immer sofort eins auf die zwölf. So, haben wir's jetzt? Gut. Gestand mal eben und down. So ist es richtig. Tja, gehen wir mal runter, ne? Denn da blinkt es ganz komisch. Jabura? Nee, der ist unten. Okay. Okay. Ah, Eki. Bist du jetzt auch endlich mal kaputt, ja? Ist ja nett von dir. Komm, geh alle kaputt hier. Ich will, dass ihr drauf geht. Ja, 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 ja. Komm hier. Ist doch nicht normal. Oh, da vorne ist was. Gucken wir mal. Was ist denn da? Eine schöne neue Münze. Okay. Und da müssen wir mal eben kurz den Weg verbarrikadieren. Denn da wollen irgendwelche Lumpen in unsere Festung eindringen. Ey, Jabura. Komm mal bitte her. Bitte, komm mal her. So. Wir können das nicht zulassen, dass du schaden willst. Und jetzt verziehst du dich. So. Bekommst richtig was auf die Glocken. Und nochmal. Schön. Ganz brav sein, Jabura-Lein. Jetzt bekommst du noch eine Elefantengun. Einfach, weil wir es können. Da. So leicht verkloppt man Jabura-Kuh. Und down. Richtig schön stylisch besiegt hier. Den guten. Was geht denn hier ab? Habt ihr sie nicht mehr alle? Ihr wollt doch nicht hier eindringen, oder? Ihr spinnt wohl. So, verschwindet. Alle raus hier. Meine Basis. Meine eigene. Hier ist meine Basis. Verzieht euch. Besorgt euch eine eigene. Ach ja, die übernehme ich ja andauernd. Lustig. Jetzt verzieht euch nochmal. Was soll denn das? Ihr seid so ungehorsam. Jetzt verzieht euch. Brems. Ja. Haben wir gemeistert, ne? Haben wir gemeistert. Was ist mit dir? Kumpel. Bist auch kaputt. Sehr schön. Und dann der nächste. Komm her, du Kommandantensack. Oh, schade. Hast du sofort einen aufs Maul bekommen. Tut mir leid. So. Hier. Firebird. Gucken wir mal, was hier abgeht. Im Firebird-Style. Down. Sehr gut. Gut. Schön. Alle gehen sie ja einem nach dem anderen kaputt. Das ist ja mal nett von denen, oder? Boah, Himmel. Wie viel tummeln sich denn jetzt hier? Das ist ja hart. Ei, ei, ei. 500 K.O. schon. Nett. Gehen wir mal runter. Da ist irgendwas. Die tummeln sich da alle. Das kann ich nicht zulassen. So. Truppenkommandanten. Truppenkommandanten. Und da vorne geht's schon ab. Hier. Ihr verzischt euch alle von meinem Tor. Hab ich doch schon mal gesagt, oder? Könnt ihr nicht zuhören? Ich glaub nicht, oder? So. Und kaputt. Nette Nummer. Und verzieh dich. Du dämlicher Lappen. Und down. Und jetzt machen wir dich auch noch platt. Komm her, du Guerilla-Kommandant. Komm bitte. Echt. Hör doch mal auf. Meine Güte. Ob du dich einmal hören kannst, wenn ich dir so eine Cocknuss schon gebe. Und was ist jetzt hier? Jede Menge Ärger, oder was? Gut. Oh, ich mach euch auch noch alle platt. Geht mal alle weg hier. Da. Ufo-Action. Oh, was geht denn hier ab, Mann? Hier sind so viele Idioten. Was soll denn das? Ja, ne, ist schon klar. Echt, jetzt mach ich den Mega-Splasher. Da geht wenigstens dieser Kommandant weg hier. No, down. Sehr gut. Okay. Und platt. Sehr gut. Verzieh dich. Anführer erschienen. Wo ist er denn? Da vorne. Geht doch. Komm her. Und gestunnt. Und down. Sehr gut. Schön. Die Hälfte gehört uns schon. Wenn das nix ist, dann gehen wir mal runter. Da unten ist irgendwas. Da blinkt was ganz komisches. Das kann ich so nicht zulassen. Hier soll nix blinken. Bling, bling. Machen nur die Sterne, die ihr jetzt seht. Und down. Eine neue Münze für mich. So soll's sein. Ey, Bruno. Was geht mit dir denn ab? Alles noch, Roger? Komm schon, Bruno. Bleib doch locker. Komm. Bleib doch geschmeidig hier. Ey. Komm schon. Sei doch nicht so böse. Wo bist du denn lieber, Bruno? Ey, wo ist der mit seiner Dorffrucht? Da vorne. Okay. Jetzt haben wir ihn. Schön von hinten. Das gibt nochmal Schaden. So. Und down. Was sag ich? Der kann gar nix. Loser. Verzieh dich. Hm. Nett. Noch mehr Kohle. So muss das sein. Für uns ist Kohle ja so unglaublich wichtig. Denn sonst haut Nami uns. Das ist nicht gut. Nami hat einen Schlag drauf, ey. So. Verzieh dich. Du doch auch. Komm. Ah, der Anführer. Der echte Anführer ist erschienen. Wo ist er denn? Ja. Ist das schon gut. Wo ist denn der Anführer? Ey. Verzieh dich. Ah, da vorne ist er. Da vorne ist er. Und zack. Down. Na. Und du auch? So. Haben beide gleich viele Schläge abbekommen. So muss das sein, Leute. So. Kaputt. Alle Down bekommen. Oh, Luki. Oh, Luki. Ist frech, ne? Finde ich auch. Hallöchen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Tag, Chef der CP9. Wie geht's dir? Alles Roger? Gleich nicht mehr. So. Die sind schon mal alle kaputt. Euch mache ich auch mal eben alle platt. Da. Einfach mal hier durchmischen, ne? Mal gucken. So. Down. Down. Sehr gut. Okay. Na dann feuern wir mal hier unsere Gum Gum Gatling ab. Warum nicht? Passt schon so. So. Hier hat jeder was auf die 12 bekommen. Auch ihmchen. So. Der auch. Der ist auch kaputt. So muss es auch sein. Der Anführer ist hier. Das passt doch alles wie Arsch auf Eimer. Ey, Luki ist weggegangen. Mist. Warum? Darf nicht. Na, der ist auch kaputt. Gehört uns auf das Gebiet. Sehr schön. So muss es sein. So wünscht man sich das. Und Down. Gib mir das. Das gehört noch uns. Unsere Kohle. Na. Verzieht euch alle. Geht alle da wieder rein, ihr Säcke. So, Luki. Das war's. Wir müssen das hier leider beenden. Und... Down. Na, komm schon, Luki. Echt. Komm schon. Raffi-Kun. Was ist denn los mit dir? Verzieh dich. Ich sagte, wir gewinnen das hier. Also. So, Ace. Machst du das halt. Und... Down. Komm schon, Ace-Kun. Fahrt zur Hölle, Luki. Sehr schön, Raffi-Kun. Raffi-Kun. Natürlich wirst du das. Wie immer, Raffi. Nett, wenn uns der Chef von der CP9 seine Stärke uns leihen will. Das ist doch lieb von ihm, oder? So, gucken wir mal hier. Bande der Freundschaft. Überlass die erfahrenen Gegner mir. Passt schon. Jede Menge neuer Münzen zum Aufleveln. Schöne Nummer. Was ist hier die Weltregierung? Oh, nett. Eine Münze würde in neu erhaltene Fähigkeit zu Titz eingetragen. Auch das ist doch super. Luftkampfkenntnisse. Supi. Oha. Was geht denn jetzt hier ab? Holla. Wir haben ja hier ein Mega-Jackpot, oder was? Anscheinend. Nochmal ne Irreführung. Und jetzt? Ach du Schande. Übernatürliche Körper haben wir auch geschafft. Fleisch und Körper. Und Fassaden. Und Fassaden. Kletterer. Nett. Acht Bingos auf einmal. Wenn das nix ist. Luki kann jetzt als Freund mitgenommen werden. Ein neuer Gegenstand ist in der Galerie zur Verfügung. Okay. Und im Berry-Shop auch. Nett. Mein Gott. Mit einer Folge so viel freigeschaltet. Wird man ja rot bei. Höhöhöh. So. Sehr gut. Luki haben wir auch geschafft. Ja. Dann würde ich doch mal sagen. Im nächsten Part machen wir uns an den Lock vom Minotaurus dran. Ne? Ja. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich bin euer Let's Play E-Gamer. Und wenn euch der Part gefallen hat. Gebt ihm doch ein kleines Däumchen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dann. Und ciao. Ciao. Ciao.